Hallo zusammen, ich bin Sebastian, der Techniktester und herzlich willkommen hier zu diesem Video aus meinem Auto, weil mich der Baulärm aus meiner Wohnung rausgetrieben hat. Naja, auf jeden Fall möchte ich eigentlich das so als Diskussionsplattform hier nutzen, denn gestern ist was passiert, was ich persönlich ehrlich gesagt für kaum möglich gehalten hätte. Gestern, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich die ersten Artikel gelesen, dass Google Huawei die Android-Lizenz entzieht und dass dementsprechend Huawei in Zukunft keine Geräte mehr mit der neuesten Version von Android auf den Markt bringen kann und vor allem diese Geräte dann auch keinen Zugriff mehr auf den Google Play Store und die Google Apps haben werden. Was, sag ich mal, am Anfang meiner Meinung nach sehr abstrakt und fast irgendwie wie ein Fake News wirkte, hat sich allerdings herausgestellt, ist wirklich wahr und es ist im Endeffekt auch eigentlich nur der Anfang der Geschichte. Insofern basiert dies alles auf einer Entscheidung der US-Regierung, dass Huawei sozusagen auf eine schwarze Liste gesetzt wurde und dass amerikanische Unternehmen im Endeffekt jetzt keine Geschäftsbeziehungen mehr mit Huawei führen dürfen oder haben dürfen, außer sie haben sozusagen Ausnahmegenehmigungen, die allerdings wahrscheinlich auch sehr schwer zu bekommen sind. Das basiert dann alles darauf, dass die US-Regierung sagt, dass Huawei ein verlängerter Arm der chinesischen Regierung ist und für die chinesische Regierung spioniert und das nicht nur bei Smartphones wichtig, sondern auch bei der 5G-Hardware, die mittlerweile weltweit installiert wird, aber das nur so ein bisschen zum Background. Aber trotzdem ist die News einfach krass, denn das betrifft auch nicht nur, sag ich mal, neue Huawei-Smartphones, sondern es betrifft auch schon alle Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, die verlieren zwar, zumindest so wie Google es momentan sagt, nicht den Zugriff auf Google Play und auf die Google Apps, allerdings wird es auch keine großen Software-Updates mehr für die Geräte geben. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir auch vor, ich glaube, drei oder vier Wochen das P30 Pro gerade erst gekauft, auch mit der Hoffnung natürlich, dass es ein Update auf Android 10 irgendwann geben wird. Ja, und das scheint jetzt gestorben zu sein. Und grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich es einfach unfassbar krass und heftig, in was für Zeiten wir heutzutage leben und das, sag ich mal, von einer weltweiten Globalisierung, ja, es fängt an zu bröckeln. Also es ist jetzt schon fast, sag ich mal, ein Handelskrieg, der da stattfindet. Und vor allem ist das, was für mich unbegreiflich ist, ist, dass das ja vor allem, sag ich mal, Europa als Markt und Europa als Konsumenten von Huawei viel mehr trifft als die Amerikaner. Denn in den USA werden Huawei-Smartphones eh kaum verkauft, weil die ganzen Netzanbieter wie AT&T, Verizon, T-Mobile alle eh schon immer Schiss vor der US-Regierung hatten, überhaupt Huawei-Smartphones ins Angebot aufzunehmen. Das heißt, dort kann man die Geräte eigentlich nur irgendwie aus Europa oder aus Asien importieren. Während Huawei hier in Europa ja eine Riesennummer ist. Also mit den Honor-Geräten haben sie ein Hammer-Preis-Leistungsverhältnis, vor allem im Low-End- und auch im Mid-Range-Bereich. Ich hatte selbst vor einigen Jahren irgendwie das Honor 7, das war, glaube ich, mein erstes Huawei-Smartphone und ich habe es lange benutzt und es war für den Preis einfach unschlagbar. Und seitdem bringen sie immer wieder neue Geräte raus, die preis-leistungstechnisch einfach der Oberhammer sind und vor allem jetzt mit dem Mate 20 Pro und dem P30 Pro auch im High-End-Bereich einfach Innovationen bringen, die ja andere Hersteller wie irgendwie Samsung oder auch Apple echt vermissen lassen. Und wie gesagt, eigentlich am meisten werden wahrscheinlich die europäischen Konsumenten, also du und ich, denn hier in Europa ist Huawei sehr stark vertreten, also hat auch einen großen Marktanteil, aber wir sind wirklich auf den Google Play Store und die ganzen Apps angewiesen. In China zum Beispiel gibt es den Google Play Store gar nicht. Das heißt, da ist es nicht so relevant, dass Huawei in Zukunft den Google Play Store sozusagen auf neuen Geräten gar nicht mehr installieren kann oder darf. Aber für uns ist das halt wirklich, sage ich mal, irgendwie eine Katastrophe. Natürlich gibt es in der Welt viele Sachen, die schlimmer sind, aber ich finde es auch einfach Wahnsinn, wie eine Regierungsentscheidung in den USA einfach, sage ich mal, das ganze Geschäftsmodell von einem Unternehmen von heute auf morgen ruinieren kann. Und wie ich schon gesagt habe, das betrifft auch nicht nur Google, die jetzt, sage ich mal, die Geschäftsbedingungen kappen müssen, sondern es geht bei Intel weiter. Das heißt, auch Intel wird keine Prozessoren mehr an Huawei liefern für deren Laptops, die auch immer besser geworden sind und immer bessere Alternativen zum Beispiel zu Produkten von Microsoft oder auch zu Samsung oder zu Apple waren. Und insofern ist das einfach, ja, Wahnsinn. Also, ich meine, wie gesagt, es gibt jetzt sehr viele Kunden, die schon Huawei-Geräte vor allem hier in Europa gekauft haben, die auf Updates gehofft haben und die jetzt wahrscheinlich nie mehr kommen werden, weil die US-Regierung sagt, dass Huawei für die chinesische Regierung spioniert. Sagt die US-Regierung, die uns alle ausspioniert hat, was ja auch irgendwo ein bisschen ironisch ist, meiner Meinung nach. Und, ja, also, klar, Google ist ein amerikanisches Unternehmen und muss sich an die amerikanischen Gesetze halten, kann ich auch verstehen. Aber dass die Leidtragenden vor allem dann irgendwie hier in Europa sitzen, während das irgendwie in den USA eine Handvoll, sage ich mal, Besitzer von Huawei-Smartphones betrifft, finde ich ehrlich gesagt Wahnsinn. Und bin da auch ein bisschen sprachlos. Wie gesagt, ich hätte das nie für möglich gehalten. Und es ist auch, finde ich, einfach schade für die Globalisierung. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt sozusagen, ja, der erste Dominostein ist, der umfällt. Denn wenn man überlegt, weiß ich nicht, ist als nächstes Xiaomi dran, ist als nächstes DJI dran. Denn nach der Definition irgendwie die US-Regierung, ja, wird auch gesagt, in China ist kein Unternehmen so wirklich unabhängig von der Regierung. Das heißt, warum soll Huawei jetzt sozusagen verbannt werden und auf die schwarze Liste kommen, während DJI und andere chinesische Unternehmen weitermachen. Also ich befürchte, dass das halt nur der Schritt eins von vielen ist. Und was für Auswirkungen hat das dann umgekehrt? Viele iPhones werden in China zusammengeschraubt. Sagt die chinesische Regierung, gut, dann dürft ihr hier halt nicht mehr produzieren und schadet damit dann den amerikanischen Unternehmen. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt Wahnsinn und es zeigt, sag ich mal, auch, wie abhängig wir in Europa von Entscheidungen in den USA sind. Denn die beiden Top-Betriebssysteme sind nun mal Android und iOS, die beide in der Kontrolle von amerikanischen Unternehmen sind und die dementsprechend auch amerikanischen Gesetzen unterliegen. Das heißt, wenn die US-Regierung entscheidet, dass Xiaomi als nächster plattgemacht wird oder dass DJI dran ist oder ich weiß es nicht. Es gibt so viele Firmen, von denen wir auch hier Sachen im Alltag benutzen. Aber egal, das Video wird eh schon zu lang. Insofern bin ich mal sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Habt ihr vielleicht auch Huawei-Geräte in letzter Zeit gekauft? Macht ihr euch Sorgen, was die Updates angeht? Oder auch Sachen wie jetzt zum Beispiel der Mate 30 Pro Launch, der wahrscheinlich in ein paar Monaten angestanden hätte, kann Huawei jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Zumindest nicht in Europa. Ja, wie gesagt, sehr, sehr komische Situation. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Tagen rauskommt. Insofern mal gespannt auf eure Aussagen hier in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.